Aufnahme starten, Alter. Der ist lang! Oh Gott. Der hat die Bombe nicht. Der geht wieder zurück. Der hat die Bombe nicht. Der kommt jetzt oben lang raus. Der kommt oben lang raus. Pass auf. Alter, hätte er sich nicht genug, hätte ich ihm gegeben. Den Rücken zu mir. Ja, nee, ist klar, Mann. Geh doch einfach raus. Ich würde das mal aufnehmen. Wir haben gar keine Zeit, Alter. Wie würdest du was aufnehmen, wenn du nix siehst? Ich hab ihn eben gesehen, wo er sich gedreht hat. Wo ist denn der? Ja, oben T-Spawn. Kannst du noch die... Hol dir Frax, den T-Spawn. Wird der D-Rank nicht zu hart. Ja, toll. Nice. Frax, Frax hat nichts mit deinem Ranking zu tun. Gib mir eine A-Wisch. F*** den. Wo ist der denn, Alter? Okay. Hello. Ohne wird's aimer gegen einen Rager. Hä? Alle Spots ab. Ach, da ist er. Dreh dich. Okay. Oh, ich hab's verpasst. Scheiße. Boah, ich kauf jetzt ne A-Walter und f*** dir ne kleinen Hurensohn, Mann. Ich würd ne A-Walter haben. Ist egal, kauf doch. Ich hab die ganze Zeit Echo gemacht, ey. Alles Scout. Weil jetzt Scouter... Das ist ja auch voll serious, Alter. Wie kann das sein, dass er alleine das spielt, ey? Do not be afraid. Weil er den A-Walter zuzieht. Ohohoho, ich war noch nicht mal vor der Door, Alter. Nice, du mal. Scheiße, Mann. So ist halt mal keine Freunde. Ne. Ich glaub, wie er sich dreht, ey. Oh Gott, wo ist der? Wo ist der? Lagen. Mit den Türen. Also immer noch auf der Base. T-Base. Ja. Der Pats gehittet. Der Pats gehittet. So Leute. Wart mal, Manu. Einfach, einfach campen. Wenn der nicht kommt und die Bombe nicht legt, haben wir auch gewonnen. Stimmt auch. Hörst du einfach warten. Ach scheiße, den Trog bringt ja nichts, ne? Haha, nee. Das bringt gar nichts. Komm, Pats. Hacker gegen Hacker. Oh, der smoked sogar. What the f***. Try hot. Scheiße. Fahr mir schnell ein paar Steine und bau dir vier Wände rundherum. Kann man nicht durchschießen. Hör auf. Was? Achso. Hallo. Alle. Alle. Und tot. In 3, 2, 1. Pass auf, pass auf, pass auf. Gib dich die Kiste, gib dich die Kiste, Mann. Achso. Dad kann ich wieder mal versuchen. Aber Versuch! Haha. Warte mal ab, wenn der sich nicht gepulen würde. Hmmm. Below muss man halt jetzt, ne? Toll hier alte, one Vince. Ja, der Caulk wird doch nicht mehr lange existieren, der hat ja schon. Sind Sie im Pro compil? Ich speichere den jetzt. Ja, der hat sich schon. Wack. Jetzt Tobi, Video. Schmoo und Beiner Main. Ja, mach das mal. Rage! Bei neuter Mai existiert er grad Ich fick den jetzt, was auch Ja, fech den mal weiter Sag mal so, wenn du jeden ficken, ficken wir alles, ja? Ich ne moin' ich dir eigentlich immer Weil der Angst vor dir hat, Alter, raffst du's langsam Jetzt schiss Ich war hart Hätte dein Profil gesehen, hat gesehen, dass da auch steht Boah, der hat an und so Haha Hallo? Ohhhh 3 von 4 3 von 4 Was? Den 1 hast du angehittet vorher Ich kriege die da und B, Alter Langweiler Ich hole mir jetzt einen Molotow, ey Aber ich komm ja gar nicht nach B, das ist ja das Problem Och Gott, er ist bei mir am T-Spawn T-Spawn dreht sich, er steht in der Ecke da, weißt du? Wo diese Tür ist, oder was ist das? Hi Lol, Alter, was für ein Hurensohn Er wartet auf dich Geh dir mal close, Alter, ich will Tobi das Video schicken Guck mal, er kauft alles, was er gar nicht braucht, ey Guck mal Das ist nachher auf Reddit, Alter, ist der Kunde nach zwei Sekunden weg Ja, mach mal Kopieren, erstmal mehr Jeglichen Verstoß melden Na hallo! Na hallo! Na hallo! Bis rechts Bis rechts Bis rechts Bis rechts Ich glaub, ich wollte das Mit Bunnyhop direkt auf den Spotlow Ey der hat eigentlich voll scheiße Xen Legitlos! Das war ohne Spaß, Alter! Au! Haha, kein OneClick du Hurensohn Und jetzt? Der ist total dumm für den T-Sweger Der kann noch mal mit dem Wolf, ey Hallo Der hat einen Motto, der hat einen golpean Flashbang! Flash macht ja nix. Nice spray! Geil, ne? Wo ist denn der zu deiner Ecke? Irgendwo wieder auf die Zuboff, ja. Da geht's noch Bombe regen. Ey... Und tot in 3... 2... 1... Hello! Tot? Hä? Jetzt. Oh, Alter, hab ich der Fliege grad ne Schelle gegeben. Was ist denn daran so toll, so ne Scheiße zu machen? Hä, wo ist denn das? Short! Ja, da kannst du dich durchschießen und die kann passen. Hä? Short! Ja! Echt? Der Typ, gerade hast du wieder Pizza geworben. Die Füße, die Füße! Oh, schmach! Eigentlich ist deine Reaktionzeit gar nicht so krank. Nee, die ist eigentlich relativ langsam. Ist wie Global halt. Boah! Er dreht sich halt nur mit Weißen, nimmt alles gleichzeitig ab, bis jetzt zarte. Get right, Alter. Flasher! So, Flasher! Ja, Flasher. Ey, ich bin jetzt schon... Bewahren das, Alter! Au! Selchie! Hoppala! Hast du jetzt auch Spin-Bot activated hier, oder was? Ja, aber nur für Mates. Komm, die Ecke kommt. I know you want it! Schöner Headshots! Ha! Nee, drauf! Ich hab ihn angebrannt! Ich bäcke dich halt durch Tür und bobs, ja. Ha! Häh! 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 Ob wir den wohl überhaupt einmal totkriegen? Häh! 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 Oh Mann, ey! Der dreht sich des Hasses! Häh! 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 Guck mal, wie er sich dreht! Das für mich hat er Spaß, Alter! Ich brauch ne AK! Ich brauch ne Waffe, die One-Shopte! Das ist unfair! Nimm doch Nacket! Mein Nacket ist jetzt weg! Oh! Ich glaub du überhaupt in die Distanz kommst, um das zu nutzen! Wenn ich den getestet kriege, krieg ich von einem von euch die... Häh! Häh! Da macht keiner mit, glaub ich! Oh Mann, ey! Das hat mir echt noch gefehlt heute! Weißt du, kurz vor Upring und dann wieder so... Juni Scheiße, ey! Ich werd das erstmal auf YouTube hochladen! Oh, lol! Ja, lol! Der steht hinter lang... Oh mein Gott! Der ist lang! Hinter den Dorf stand da eben! Ne, er ist aber lang Richtung T-Spawn weg! Schleichen brust da auch nicht! Okay, Base! Habe ich aus ner Kiste gezogen? Dein Ernst? Mhm! Was? Was? Wer? Wo? Digi hat nen Bowie-Knife! Ich hab schon aus ner Kiste gezogen! Ja, aber ich zieh keins! Jeder zieht jetzt auf sich selbst an! Soll ich geh-hit jetzt? Ne, das war der Volo hinter ihm! Ne, das war er! Ne, das war er! Ne, ich hab ihn mir nicht einmal geh-hit! Das war der Volo! Was bringt... Was bringt ihm das? Wie oft gibt es schlecht wie sonst was? Was ist mit ihm? Das wär lustig wenn er jetzt live gebannt wird! Elf Jahre, weißt du? Da gibt's ja so'n gekaufte Account oder Pro, oder? Dann gewinnen wir die Runde noch! Ja! Digga, neunze Stunden insgesamt Spielzeit! Äh, ja! Guck mal wie lange der aber schon damit spielt, ne? Ich will nicht! Zeig neunze Stunden! Der ist immer noch nicht gebannt! Digga, Entschuldig! Was soll ich denn machen? Ja, das ist... Aber... Wollen wir uns kicken gegenseitig? Ne, bringt doch nichts! Einer muss eh liefen! Wieso? Wenn wir ja irgendwen kicken? Er geht Richtung! Nee, kicken! Seht nicht dafür! Okay! Du bist in fünf Sekunden tot, Pat! Das weißt du selber! Lol! Däh! Hä? Ah, zu früh! Ich höre, ich hätte ihn haben können! Der hat bestimmt so'n Anti-Irgendwas-Gedön-Sex. Nein, ich war Full-Flesh! Warum kauft ihr eigentlich Flashes und sowas? Das interessiert den Leute nicht! Bei Sex gibt's die auf Flash-Registrier... ...reagieren... Let's go! ...reagieren... Okay, der wird eh mit übelst zu wenig was spielen! Och, Mann, Alter! Ich kann nicht mal sprengen! Da bin ich schon tot! Aber das war ein Spot, den er nicht so gut getroffen hat auf jeden Fall, ja? Ja! Ja! Du bist tot! Drei! Ah! Du würdest auf Bild! Der Ochse! Ja! 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 Pass auf, pass auf! Uh! Neue Zahl! Bitch! Get on it, bro! Wie das? Aber ganz ehrlich, der kippt da jeder Eck drüber! Wollen wir nicht da einfach mal einen Molo dahinwerfen? Ich höre, aber weißt du, der kippt jetzt mal hinten, also? Das ist nicht normal! Ja, gut, das ist nicht normal, sonst ist er auch, ey! Ach. Das ist ja nicht normal, Butt. Ganz neue Kenntnis. Ach, ist das schön, dass wir das zusammen erleben dürfen. Wir wollten nur einmal sch... Ja, guck mal, ich komm nicht mal hier rüber. Ey! Man! Komm, Stefan, ich glaube nicht. Der soll sich verstrecken sein Schussfahrzeug, glaube ich. Komm, ey, Junge. Mach dich kaputt, ich geh dem Ammon ab. Ich hätte ihn tasern können. Er war in range. Wo ist er denn lang, oder was? Junge, du bist tot, wenn du da stehst, das weißt du. Er dreht sich im T-Spawn. Komm, mach Double-Zoom, mach Double-Zoom. Ey, du schlenkst dich durch die Doors. Alter, mit der BBR. Ne, durch Doors schießt er nicht am Dlam, oder? Doch, doch, ich werd jedes Mal durch Doors gekillt. Bei mir nie. Lauf mal bitte. Er macht T-Smoke, Alter. Er frei hat uns richtig hart, ey. Aber übel. Du bist tot, du bist ganz close an die Kante, ey. Du musst dich so hinstellen. Du musst dich so hinstellen, dass der kühlt. Loll. Aber er tritt's nicht mal. Achtung, jetzt. Drei, zwei, eins. Tot. Ne? Wow. Wieso seid ihr nie so schnell tot, Alter? Weil die voll Slow spielen. Voll Depp. Da, da sind wir gedreht. Über dir. Dass der Code noch nicht weg ist, der spielt schon seit 9. Mai damit. Ja, Alter, bei 19 Stunden Spielzeit. Boah, weg, zurück! Nein! Aber ich hab ihn ergeblich nicht mehr getroffen, obwohl ich durch die gleiche Stelle geballert hab. Interessant! Mann, ey, ich krieg's nicht mehr drauf, der soll sich drehen. Jetzt geh ich nicht mehr Mitte, Alter, ich sterb da instant. Ich geh jetzt Mitte. Ja, viel Spaß. Wenn du nach B rüber willst. Gönn dir. Gönn dir, ja. Ah, sheesh. Alle bitte, los! Und los! Schaut das! Schaut das! Schaut das! Schaut das! Nein! Nein! Und Flashback! Okay. Da plant nicht die Wand an. Boah, an dir. Abzu, du machst es viermal und schieß viermal gegen die Wand, Mann. Boah, Alter, wie viele Kills der hat, ey. Das muss ich nicht. Schieße. Oh, da kann man durchbägen? Ja. Ja, scheinbar. Ich bin der Auto-Cyper anscheinend schon, ja. Alter, das ist noch obere Kante. Ich glaub jetzt. Ich verbrenn mich selber, Alter. Ich überlebe gewinnt. Okay, ich überlebe gewinnt. Du bist der erste, der sich... Oh, gefailt. Haaaringeh- Kaupatsch, Kaupatsch! Kaupatsch! Eins, zwei, drei! ordsch,ääunehme! Ja. Der ist schon auf Weg zu A, Mann. Na, du mettre! Der ist schon auf dem Weg zu A, man Ich versuch's nicht, Alter, ich... mein Leben, Alter Tch Ein Idiot, fass schon Was war das denn? Der ist eh auf Da war er! Oh, da hat er sich gedreht Ist der mal leise? Der drängte dir eh durch Ja, warte bis er liegt Das geht wahrscheinlich automatisch Zu spät, der weiß wahrscheinlich Gute Smok Ah ja, fass schon, Molo Beide Seiten richten gleich Halt auf, wo der steht, du Lauf! Halt auf! Hinter dir! Der lacht sich wahrscheinlich tot, ey Kleiner Hurensohn Na ja, glaube ich, dass er schon ein bisschen similisch spielt Heißt, er nimmt uns ernst, das find ich gut We're wasting time, let's go! Wir werden einmal getötet, ja Das haben wir bestimmt noch nicht wieder geschafft Hehehe Hallo! Hallo! Du bist voll spät, der ist gestorben, ne? Ich Ja Ey, ihr müsst springen, wir brauchen P90 Hey, der ist bei mir! Oh, scheiße! Au! Wo ist bei mir? Äh, lang Ich will auch Reif haben Hi Wenn ihr springt, dann trifft ihr euch Der ist, geht lang, der geht lang, der geht lang Dann hält ihr die einen Schuss aus Geht nicht! Ich bin so lang! Seid ihr fehlt! Das ist doch eh egal! Der ist doch eh schon durch Der ist doch eh schon durch Ui! Gut tot Und tot Oh Der bleibt gerade, das ist deine Chance Meinst du? Zu spät Oh oh Jetzt bist du tot Zwei Er spielt voll serious mit deinem Flash und allem Er on Das war's dann aber auch 3, 17,01 Das war ein Screenshot, ey Nooooop No 75 kills Alles Okay, Leute, wir gehen aus Splitpush Ja, natürlich Ey, der hat jetzt nur ne Pisse Das ist unsere Chance Ja Irgendwann das Magazin leer Das war's Spiel Alle zusammen, kommt, 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 alle Ah Ja, wieso geht Ja, dann warte ich Warum? Hello Ich wollte wissen, wie viel der Taser abzieht aus nächster Nähe Wo ist die Bombe? Wir können auf B legen Ja, ich bin auf A, Mann Ja, geil, Alter Er ist lang Und dreht sich im Kreis Der will uns getötet werden Oh Los Ey, du warst noch unterwegs Das ist so Das sieht aus Direkt so Ähm Ich fand das nicht so geil Ich fand das nicht so geil Er killts dann Ich hab ihn gereckt Hier, ihr Fotzen ist Deutscher Das ist hier, ihr Fotzen Ja, hier, Alter Was ein Hurensohn, ey Aufnahme stoppen Super Lesserlich Ich hab ihn Ja, hier, ihr Ich hab ihn Wann Ja, hier, ihr Das ist hier wenn ihr